Herzlich willkommen bei einem neuen Video von HallelujaTV. Wir bringen gute Nachrichten und ich habe die Ehre, jetzt die beste Nachricht aller Zeiten euch hier weiterzugeben. Es geht um ein riesengroßes, unfassbares Geschenk, das Gott uns Menschen gemacht hat. All die, die dieses Geschenk für sich schon genommen haben, sind noch immer damit beschäftigt, es auszupacken und werden es zu ihren Lebzeiten nicht schaffen, sodass sie eine Ewigkeit brauchen danach, um das auszuverstehen und zu begreifen, wie herrlich, wie groß dieses Geschenk ist. Umso unglaublicher ist es, dass Menschen noch nicht von dieser Botschaft, von der besten Botschaft dieser Welt jemals gehört haben. Oder sie haben es gehört, aber noch nicht verstanden. Und darum ist es jetzt ein ganz besonderes Anliegen, euch das zu präsentieren. Ich habe da auch schon was vorbereitet, die Bibel, einen Block, einen Stift. Und ich mache das bewusst einfach, dass auch du das nehmen kannst und anderen weitergeben. Vielleicht kennst du die Nachricht, die Gott an uns gerichtet hat. Vielleicht hast du sie schon mal gehört und hast sie zum Teil begriffen oder vielleicht noch gar nicht. Wie auch immer, es ist immer wieder gut, sich daran zu erinnern. Es ist immer wieder gut, das zu hören, zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal. Gott ist für uns und das ist eine gute, gute Nachricht. Also, legen wir gleich los. Ich beginne diese gute Nachricht mit dem, der diese uns zum ersten Mal überbracht hat. Und das ist und bleibt die Person Jesus Christus. Ja, hier, Jesus freut sich. Und er ist gekommen und das Erste, was er gesagt hat, als Prediger, ist er aufgetreten und hat gesagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Ja, es beginnt ein neues Zeitalter. Gott tut was Neues und wir sind dazu eingeladen. Aber wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen uns auf das vorbereiten, was Gott für uns bereitet hat. Darum sollen wir umkehren, sollen wir Buse tun, sollen wir umdenken. Und Jesus hat ganz viel gesagt, gelehrt, um uns zu helfen. Jetzt war Jesus auch noch ein ganz besonderer Mensch. Ja, die Bibel sagt, er war der Sohn Gottes. Das heißt, Gott selbst ist Mensch geworden, um uns auf eine einzigartige Art und Weise zu begegnen. Um mit uns eine Beziehung zu haben. Ja, um uns wieder neu in eine Beziehung mit ihm zu bringen. Und als Sohn Gottes war er einer, der nie einen Fehler gemacht hat, nie gelogen hat, keine Schuld auf sich geladen hat, der nie gesündigt hat. Und eines Tages ist er zu Johannes gegangen, der ein Prophet war, und hat zu ihm gesagt, Johannes, ich will von dir gedauft werden, im Wasser. Und Johannes hat Menschen gedauft, und diese Taufe hat bedeutet, Gott hat deine Sünde weggenommen, abgewaschen. Menschen sind zu ihm gekommen, die wussten, sie sind schuldig, sie haben Sünde, sie haben ihre Frau betrogen, sie haben einen Mann betrogen, sie haben gestohlen, sie haben betrogen, sie haben gelogen. Ja, vielleicht sogar jemanden schlimm verletzt. Und Johannes hat gesagt, ändert euer Leben, ja, bekennt eure Sünde, aber dann tut es nicht mehr, und ich taufe euch mit dem Wasser zur Vergebung der Sünden. Die Menschen sind zu ihm hinaus geströmt, zu Tausenden, und wollten diese Taufe, sie wollten mit Gott sich versöhnen. Und nun kommt Jesus und sagt, dauf mich. Und Johannes sagt, ich muss von dir gedauft werden, und du kommst zu mir, wie kann das sein? Du bist rein, du bist heilig, du brauchst keine Taufe. Und es ist wirklich verwunderlich, dass Jesus ihn darum bat. Und der Bibel, werden das in ein paar Worten abgehandelt, ich könnte mir vorstellen, das war eine längere Diskussion, die die beiden hatten. Auf jeden Fall hat Jesus am Ende gesagt, so gebührt es uns, so steht es uns zu, die ganze Gerechtigkeit zu erfüllen. Lass es geschehen. Und er ließ sich taufen. Ich kann mir das nur so erklären, dass, bei der Bibel ist es klar, Also wenn du Schuld und Sünde begehst, die muss gesünd werden. Da muss irgendwas zurückgezahlt werden. Und eigentlich ist die Konsequenz von etwas, was man gegen Gottes Absichten und Willen tut, der geistliche Tod und der echte Tod auch danach. Also zu Adam zum Beispiel, der hat gesagt, wenn du von diesem Baum isst, ja, wenn du das nicht tust, also diesen einen Baum und diese eine Frucht, die lass, die anderen kannst du alle haben, aber diesen einen nicht, weil wenn du davon isst, dann musst du sterben. Und auch an einer anderen Stelle sagt die Bibel klar, die Sünde, die Lohn der Sünde, das ist der Tod. Tod. Also Sünde bewirkt Tod. Und eine einfache Taufe, ein Hineintauchen ins Wasser, kann Sünde nicht wegnehmen. Also ich sage, die Menschen haben sich taufen lassen und die Sünde blieb hier so im Wasser. Aber die musste irgendwo hin, ja, so wie Atommüll. Den kann man nicht einfach irgendwo herumstehen lassen, mit dem muss umgegangen werden. Da braucht es eine Lösung. Und Jesus hat gesagt, ich bin die Lösung. Ich steige da hinein in eure Sünde. Ich steige hinein in das, ja, Dilemma eures Daseins, ja. Identifiziere mich damit, nimm das auf mich und bring es an den Ort, wo es hingehört. Also Jesus hat Sünde auf sich genommen. Und Der Lohn der Sünde, habe ich gesagt, ist was? Ist der Tod. Das heißt, wir alle wissen, Jesus starb am Kreuz. Und das tat er deshalb, weil er unsere Sünde auf sich hatte und sie dort in den Tod brachte. Sie musste bezahlt werden. Und er ist aber auch wieder auferstanden. Und diese Auferstehung bezeugt uns, dass dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, angenommen wurde von Gott, dem Vater. Es ist tatsächlich passiert. Und er hat auch bevor gestorben, hat ganz wichtige Worte gesprochen. Einen Satz, den würde ich hier zitieren. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Die Sünde wurde gesünd. Und das Werk, wozu er auf die Erde gekommen ist, ist vollendet worden. Die Sünde von der Welt wegzunehmen. Deine, meine. Als er aus dem Wasser herausgekommen ist, ist im Gegensatz zu anderen Menschen bei ihm aber was ganz Besonderes auch passiert. Und zwar der Himmel hat sich geöffnet. Und es kam der Heilige Geist auf ihn und blieb auf ihn. Das war kein kurzer Besuch. Das war ein Kommen und Bleiben. So steht es in der Bibel. Wie alles, was ich hier beschreibe, ist in der Bibel zu finden und nachzulesen. Ich gebe euch dann auch in der Beschreibung alle Stellen, auf das, was ich euch beschreibe, passiert, gebe ich euch da rein. Und ich möchte euch ermutigen, den nachzulesen. Das ist wirklich spannend. Das ist unglaublich. Es ist wirklich so. Auf jeden Fall. Den Heiligen Geist hat er bekommen. Der ist auf ihn geblieben. Und dann war da noch diese Stimme vom Vater im Himmel. Die hat gesagt, das ist mein Sohn. Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, der taugt mir. Der gefällt mir. Von dem bin ich begeistert. Ja. Der Vater hat sich nicht nehmen lassen, das über seinen Sohn zu sagen. Ich kürze das einfach ab mit diesem Wow. Ja. Wow. Nicht nur, dass Jesus keine Sünde hat. Nein. Rein heilig ist er auch bereit, die Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen. Und ich bin überzeugt, Jesus wusste, was sein Auftrag war von Anfang an. Und er hat ihn bewusst gewählt. Er hat gesagt, ich gehe da rein. Ich nehme das auf mich. Ich erledige das. Und er hat es getan. Und Gott hat gesagt, wow. Das ist mein Herz. Ich will versöhnt sein mit den Menschen. Ich will versöhnt sein. Und mein Sohn bringt diese Versöhnung. Ich bin begeistert. Das ist, was Jesus getan hat. Jetzt ist die Frage, wie kommst du jetzt zu diesem Geschenk, von dem ich geredet habe? Das ist ganz einfach. Also wir sind hier. Du, ich. Ja. Wir sehen das Ganze. Ich muss sagen, wow. Gott wird Mensch. Das ist schon erstaunlich. Gott stirbt für uns. Aber ganz wichtig ist, das ist jetzt nicht automatisch, dass jetzt alle Sünden von allen Menschen gesünd sind. Automatisch. Ich muss das hören, was Gott getan hat durch Jesus Christus. und es für mich in Anspruch nehmen, indem ich glaube. Indem ich sage, so war es, so ist es. Und dann kannst du das für dich in Anspruch nehmen. Ich habe vor einiger Zeit einen jungen Mann, der hat Schuldgefühle gehabt. Schuldgefühle, weil er wirklich was getan hat, was er nicht hätte tun sollen. Und wir alle haben etwas getan, was wir nicht hätten tun sollen. Das heißt, wir sind nicht frei. Ja. Es gibt hier eine Liste, die uns das Leben schwer macht. Und auf dieser Liste steht nicht, was die anderen mir angetan haben. Dann steht, was ich Gott angetan habe, was ich falsch getan, gesagt, gedacht habe. Oder auch gegenüber anderen Menschen. Und diese Liste ist meistens sehr lang. Manches ist uns bewusst. Manches haben wir schon längst vergessen. Aber es lastet auf uns. Und auch diesen jungen Mann, mit dem habe ich geredet. Er hat etwas getan. Das war entsetzlich. Und er wusste das. Und er hat darüber geredet mit Psychologen. Er hat darüber geredet mit Freunden. Er hat es mit anderen Leuten da ständig. Er hat gesagt, das habe ich gemacht. Das war falsch. Aber diese Schuldgefühle, die sind immer da. Und er hat sogar Drogen genommen. Noch mehr Drogen, um endlich eine Ruhe zu haben von diesen Schuldgefühlen. Und ich habe gesagt, hast du das schon mal zu Jesus gebracht? Er hat gesagt, nein. Und wir haben uns hingesetzt und gesagt, komm, jetzt beten wir. Und er hat das, was er dem Psychologen und all den anderen Menschen schon erzählt hat, Jesus erzählt. Direkt. Und jetzt sagt er, danke. Danke, dass du es für mich schon erledigt hast. Dass du mir schon vergeben hast. Dass du die Sünde, meine Sünde, ans Kreuz gebracht hast. Und in dem Moment, hat er gesagt, das war wie ein Rucksack mit Steinen, die von ihm runtergekommen sind. Das hat er wirklich so gefühlt. Und er hat gesagt, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Nach einer Woche haben wir darüber geredet. Und sind die Schuldgefühle noch da? Er wollte nicht glauben, dass das jetzt einfach weg ist. Dass es so einfach war. Und es war weg. Nach zwei Wochen weg. Nach drei Wochen weg. Und sie blieben weg. Warum? Weil Jesus es schon erledigt hatte. Also was habe ich mit ihm gemacht? Wir haben es hingekniet. Wir haben gesagt, er hat gesagt, Jesus, danke. Danke, dass du es schon erledigt hast für mich. Und in dem Moment war die Last weg von ihm. Und so einfach ist es. Also wenn du Dinge hast, wo du sagst, es war falsch, es belastet mich. Glaube, Jesus hat deine Sünde schon aufs Kreuz gebracht. In den Tod gebracht. Er hat schon bezahlt dafür. Alles was du tun musst, dieses Geschenk annehmen. Diese Vergebung, die Gott dir bereitet hat, durch Jesus, annehmen. Bewusst. Passiert nicht automatisch. Bewusst. Durch Gebet. Und wichtig. Sag danke, dass ich das vergeben bekommen habe. Es ist schon geschehen. Aber das ist nicht alles. Die Vergebung ist nicht alles. Es gibt noch mehr. Jesus sagt zu dir, komm. Ich möchte dein Lehrer sein. Ich möchte, dass du mir nachfolgst. Ich möchte, dass du da bist, wo ich bin. Ich möchte mit dir Gemeinschaft. Und in diese Gemeinschaft kannst du voll eintreten. Und das ist auch, was Gott möchte. Wie machst du das? Lässt dich taufen auf den Namen Jesu. Im Wasser. Ja. Das ist sozusagen deine Antwort auf das, was ich gerade gesagt habe. Deine Zustimmung. Du sagst, ich möchte eintauchen in den Tod Jesu. Taufe, so sagt die Bibel, ist ein Begräbnis. Ist ein Sterben. Ein Mitsterben mit Jesus. Ja. Du sagst, das Kreuz, diesen Tod, das, was Jesus da getan hat, das will ich für mich in Anspruch haben. Und das findet ein Ausstausch statt. Die Bibel sagt, er ist zur Sünde geworden. Jesus ist zur Sünde geworden, damit ich Gerechtigkeit würde. Ja. Ich bekomme Gerechtigkeit. Ich kriege sie geschenkt. Und wenn du stirbst und du hast eine Million Euro Schulden, was passiert mit diesen Schulden? Automatisch. Hast du sie noch? Natürlich nicht. Die Schulden sind weg, weil du bist tot. Niemand wird mehr zu dir kommen und diese Schuld von dir fordern. Und deswegen ist dieses Mitsterben mit Jesus so wichtig. Wenn du tot bist, kann niemand dich anklagen. Du bist gestorben für die Sünde, die hier ist und für das Gesetz, das gesagt hat, dass es Sünde. Du bist tot. Und das ist wirklich so. Gott hat das so geplant. Und alles, was du tun musst, ist Glaube. Ja. Es ist nichts von dir erforderlich. Ja. Dieses S ist vollbracht und das tauchst du hinein. Und S ist vollbracht sind meines Erachtens 100 Prozent. Jesus hat alles getan. Und wir leben in einem sehr religiösen Land und oft denken wir, naja, ein bisschen was muss ich schon selber auch machen, oder? Also vielleicht hat der Jesus schon sehr viel gemacht. Ja. Vielleicht hat er 99,9 Prozent erledigt, aber 0,1 Prozent. Ein bisschen was muss ich schon tun. Und es kann doch nicht so einfach sein, oder? Aber es ist so einfach. Gott hat es so geplant. Er hat es so durchgeführt. Es ist perfekt. Er hat 100 Prozent vollbracht. Und alles, was er von dir möchte, ist, dass du da einstimmst. Dass du da hineinsteigst. Dass du es annimmst für dich. Und es ist wichtig, dass hier auch 0 Prozent von dir gefordert werden. Ja. Das Einzige, was du tun musst, ist, vertrau darauf, dass das so ist. Wie er es dir sagt. So, wie es in der Bibel steht. Ja. Eins zu eins. Du nimmst das an. Sagst Danke. Und du ein Geschenk bekommst. Und du sagst Danke. Und du nimmst dann und gibst 10 Euro her. Was ist das? Ist das nicht eine Beleidigung für den, der es schenkt? Und ich sag, okay Jesus, ich glaub nicht, du hast alles verbracht. Ja, okay, 99,9, aber 0,1 Prozent, das mach ich schon selber. Ist das nicht arrogant und überheblich? Machst du dich nicht so ein bisschen selbst zu deinem Messias und Erlöser? Hey, Jesus will dein Erlöser sein. Er will dein Erretter sein. Und er sagt nicht, ich will ein bisschen Erretter sein. Er will 100 Prozent dein Erretter sein. Und es ist wichtig, dass du in 100 Prozent deinen Erretter und Löser sein lässt. Kein bisschen weniger. Sobald ein bisschen was fehlt, werden wir religiös. Kommt der Druck. Die Freude geht verloren. Also, komm zurück zum reinen 100 Prozent Evangelium und du wirst Freude haben, weil du jetzt Gemeinschaft hast mit Jesus. Und hier bist du unter Wasser, stirbst mit Jesus und stehst auf mit Jesus. Du stehst nicht hier auf mit Jesus, nicht hier mit auf, sondern auch nicht hier, näher bei Gott sozusagen, sondern du stehst auf in Christus. In Christus. Das ist, was sein Plan ist, dass du in ihm bist. Ja, dass du in ihm bist. Die Bibel sagt ganz oft, in mir, in Christus haben wir den ganzen Segen. In Christus haben wir das Erbe. In Christus haben wir alles. Und du bekommst auch die Gegenwart und den Heiligen Geist, der in dir ist, so wie er in Jesus war, ist er auch in dir und er ist bleibend. Nicht einmal so ein Besuch, der bleibt und ist bei dir. Ja, du bekommst Jesus, der um dich ist, dein Herr ist. Ja, und das Beste ist der Vater. Der blickt auf dich und wenn er auf dich blickt, sieht er nicht mehr dich, dein altes Ich. Jetzt sieht er nur mehr Jesus. Jetzt sieht er nur mehr einen Mann, eine Frau, die heilig ist, die gerecht ist, die volle Gerechtigkeit hat, als hätte sie nie gesündigt. Er sieht seine Sohn, er sieht seine Tochter und er sagt über dich das Gleiche. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Du bist dann sein Sohn, du bist seine Tochter, an der er wohlgefallen hat. Wo er sagt, wow, wow, ich bin begeistert. Da ist nichts Falsches. Alles ist gut. Nicht, weil du so gut bist, nicht, weil du so tolle Leistungen gebracht hast, nein, nur, weil Jesus alles vollbracht hat. 100 Prozent. Und Gott, der Vater, kann dich lieben und annehmen und er wird bei dir sein und er hat nichts mehr gegen dich. Weil Jesus hat 100 Prozent deiner Sünde gesünd, nicht weniger, in keinster Weise weniger. Das ist, was Gott getan hat und wenn Gott was tut, dann macht er das perfekt. Und da darfst du eintreten und das ist eine gute, das ist die beste Nachricht, die es jemals gegeben hat. Wir haben Zugang zu Gott. Und er ist mit uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Alles, was du tun musst, ist zu sagen, ich nehme das für mich in Anspruch. Ja, gebet, sagst, tut mir leid, was ich getan habe. Und danke, dass du mir vergibst. Und komm in mein Leben und lass dich taufen auf den Namen Jesu. Und folge Jesus nach. Lass ihn, deinen Lehrer, sein. Ich bin oft unterwegs und rede mit Menschen und wir reden über das Evangelium und wenn ich das erwähne, kommt ja die Kirche und die Steuern oder ja die Kreuzzüge und die Verbrechen im Namen von der Religion. Alles kommt, aber wenn ich frage, haben Sie schon mal gehört vom Evangelium, was ist denn das? Können Sie mir das erklären? Oder wenn ich Schuld habe, wie kriege ich die Schuld wieder los? Ich kriege keine Antwort. Menschen kennen nicht die Botschaft. Es ist, als hätten sie es nie gehört oder nie so gehört, dass es auch verstanden wurde. Darum nimm das für dich. Und wenn du das schon kennst und glaubst, dann nimm das und sag anderen von dieser Botschaft. Die Sünde ist weg. Du bist frei von Sünde. Du kannst dein Leben leben in der Nachfolge Jesu. Ein Leben in Christus. Ein Leben mit der gleichen Qualität, die Jesus hatte. Du kannst wie Jesus Menschen lieben, Menschen dienen, Menschen heilen, Menschen befreien. Du kannst sein Leben leben. Das ist, was Gott möchte. Nicht weniger. Ja, deswegen habe ich gesagt, wir müssen ausbacken. Wir müssen ausbacken und haben noch nicht alles verstanden, alles begriffen, alles für uns in Anspruch genommen, was in diesem Paket alles drinnen steckt. Ich bin Jesus so dankbar für das, was er getan hat. Und ich bitte ihm, dass er mich immer wieder hilft, dass ich wirklich nichts von mir kommt, sondern alles von ihm. Und dass es so einfach ist. Ich hoffe, das hat dich gesegnet. Ich hoffe, du nimmst das für dich in Anspruch. Ich hoffe, du nimmst es und bringst es auch anderen auf diese Form oder eine andere. Sei mir klar und wichtig ist wirklich dieser Punkt, dass wir nichts beitragen können. Menschen glauben immer, sie müssen irgendwas tun oder sie fühlen sich zwar schlecht und versuchen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, indem sie gute Dinge tun. Das steckt so tief in uns Menschen drinnen und Gott nimmt uns jeden Stolz, jede Eigenmächtigkeit. Ja, das müssen wir opfern und das tut so weh, aber es ist so befreiend. Halleluja. Seid gesegnet in Christus. Halleluja.